Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. So, wo haben wir zuletzt aufgehört? Es ist tatsächlich ein Stückchen länger her als sonst, von daher weiß ich nicht genau, was zuletzt passiert ist. Ich weiß aber trotzdem, wo wir weitermachen müssen, weil ich eben ganz schnell vor der Aufnahme nachgeguckt habe, was wir so im Inventar haben und Zaubersprüche können. Und zwar haben wir den Erkennen-Zauberspruch gelernt. Da läuft jemand, der scheint uns nicht angreifen zu wollen. Wir haben den Erkennen-Zauberspruch gelernt und wir sehen ja hier auf diesem Bild, zur Erinnerung für euch, das ist ein Foto von der Tür und hier ist nur ein Symbol und hier ist auch conveniently ein kleines Gemälde, was uns zeigt, welches Schere-Stein-Papier-Prinzip bei den drei Ältesten gilt. Unser Gegner ist grün, was an der Wand auch zu sehen ist. Das bedeutet, die Zauber von Rot, also von Chaturga, sind am stärksten. Das habe ich bestimmt letzte Folge auch schon erklärt, aber im Endeffekt nutzen wir den neuen Zauber, den wir gelernt haben. Wir erkennen genau hier mit roter Ausrichtung und jetzt will ich das bestimmt machen und wir haben Chaturga noch. Doch, da haben wir ihn. Super. Also ich nutze Erkennen in der Ausrichtung Chaturga und dann sollte die Schwer-Stein-Papier-Prinzip-Prinzip-Prinzip-Prinzip. Wir sind es erwartet. Abgesehen davon, wenn ihr noch nichts zu trinken habt, ich höre da schon ein Gegner. Gut, da tapselt auch die Treppe hoch. Okay, da machen wir erstmal den Gegner. Das ist wichtig. Ansonsten unser Leben nicht lange dauert. Jetzt sollen wir weg. Der Spritz spratzelt jetzt so ein Viech raus. Das kommt auch noch klein. Nein, wir können nicht. Jetzt hängen wir hier fest. Ah, herrlich. Super, genau. So, aber dafür können wir jetzt hier einen Finalschlag machen. Jetzt ein bisschen Zähne zurückholen. Und jetzt raten wir noch die Autopsie ab. Während der seine Autopsie macht, holt euch mal schnell was zu trinken. Ich trage auch mal irgendeinen Schluck. So viel Zeit muss es sein. Schließlich muss man immer genug Flüssigkeit im Kababen haben. So. Also, wir haben jetzt in unserem medizinischen Journal einen Eintrag. Und da schauen wir jetzt direkt mal rein. Ja, ich ziehe ein kleines bisschen, damit die, die zum Trinken holen gegangen sind. Bloß nichts verpassen. Aber ich glaube, wir können weitermachen. Ihr auf YouTube könnt schließlich einfach Pause drücken. Die anderen könnten einfach in das YouTube-Video reingucken. Erstmal den Finalschlag. So. Bitteschön. Der erste Galt scheinbar dem Fledderer. So heißen sie genau. So. Und dann können wir hier auf die Autopsien gehen und sehen die Xelotath-Zombies. Und die sind hier, wie man sieht, in ihren Bandagen eingewickelt. Das sind also so irgendwie irgendwelche Zombie-Mummien. Und hier heißt es, werden die Gliedmaßen abgetrennt, wachsen sie als Phantomgebilde wieder nach und verursachen beim Betrachter eine tiefgreifende Psychose. Das haben wir schon gesehen. Da ist dann, schattenmäßig sind die da. Das ist tatsächlich nur bei Xelotath der Fall. Bei den anderen beiden ist das nicht so. Die Leinenbinden der Muni sind leicht entflammbar. Sprich, die grünen Zombies kann man in Brand setzen, die anderen nicht. Seht ihr mal? Ich habe mich immer gewundert, warum das irgendwie ging. Manchmal bei den großen Zombies, ich nenne die immer die großen, die kleinen, sind diese schwarzen. Und bei den schwarzen immer, immer geht. Das liegt einfach daran, bei den grünen mit den Bandagen geht das. Ja. Mit dem Xelotath-Zombie einmal. Sieht, jetzt sind wir also hier im Keller. Fässer. Ich habe gerade zuletzt in Minecraft ein schönes, ähm, das ist jetzt erstmal alles. Ich gucke mich erstmal nur um, was hier so ist und dann gucken wir uns alles gut an. Da ist ein, ist ein Bandgemühle oder was? Nein. Okay. Ähm, ich habe in Minecraft gerade ein, ein schönes, äh, Haus für einen Mod gebaut. Ein Warenhaus in Form von einem, äh, von einem Marktplatz, ähm, in der höchsten Ausbaustufe, dann mit vier großen Geschäftsgebäuden. Und da habe ich auch solche Fässer hingestellt, ähm, in verschiedenen Arten. Aber jetzt wollen wir doch mal hier jetzt das Zeug holen. Und zwar gibt's hier einen Zauberspruch, einen interessanten Symboleinkreis mit, äh, irgendwie drei Blitzen oder so, die auf die Mitte gehen. Und das ist der Spruch Isolierung. Ich komme es hier nochmal direkt an. Da ist der Sprüche Isolierung. Diese Beschwörung gebraucht die Kraft, gebraucht eine Kraft von mystischer Stärke innerhalb der Grenzen dieser Runen. Nichts kann von außen eindringen, bis die Magie aufgehoben wird. Dieser Spruch benötigt die Runen Bancorok und Red Gormor. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe einen alten Spielstand, einen zu alten Spielstand geladen. Ich gucke mal eben nochmal. Nein, Karim ist tatsächlich, dann war das ein anderes Spiel, was ich gespielt habe. Ich habe ja genau das schon gespielt mit, äh, mit Bekannten an einem Wochenende, so weit wie ich kam. Ähm, und dann gesagt, ich fange mal auf mit den, mit der deutschen Version von vorne an. Und habe ich jetzt gerade daran erinnert. Okay, kein Problem. Ich bin ein wenig verwirrt. Wir haben hier die Bancorok, die Protect-Hone, einen Kriegel, im Endeffekt ist das Weiblich-Symbol ohne die letzte Linie unten, sozusagen. Das ist das Protect-Symbol. In dieser magischen Sprache, die die Entwickler sich hier ausgedacht haben. So, haben wir hier noch irgendwas? Da war nichts mit untersucht. Und dann waren wir noch hier... Da ist es, das ist nämlich die Pumpe. Leider können wir uns das... Ich will gucken, ob wir uns das Becken... Ne, das ist einfach nur ein Becken mit Flüssigkeit. Das können wir uns nicht näher angucken. Ah, da hat Paius mit uns geredet. Ja, unsere Sanity ist nicht sonderlich hoch. Egal. Vor dem Brunnen steht eine rostige Pumpe. Der Pumpenschwengel fehlt. Ja, wir haben hier einen ziemlich großen Schwengel im Inventar. Nein, nicht das Storm of the Tunnel Darkness, sondern den Schwengel hier. Den benutzen wir mit der Pumpe und damit kriegen wir das Wasser aus dem Brunnen gepumpt. Interessanterweise nicht in den Eimer, der davor steht. Der ja da überlaufen müsste. So, das ist eine ziemlich starke Pumpe. Ja, so schnell wie das alles hier runter gepumpt ist. So, das interessiert uns aber alles jetzt nicht. Wir speichern eben nochmal, wenn das geht. Ja, aber... Speichern, das ist kein Problem. So schlecht sieht so unsere Helf nicht aus. Und gehen mal runter. Und jetzt sind wir irgendwie in einem witzig kleinen Raum. Sind nämlich fast tot. Wenn wir volle Health haben und kriegen die Tür nicht auf. Was ist hier passiert? Ja, wie gesagt, unsere mentale Kapazität ist nicht mehr sonderlich toll. So, das ist natürlich das Problem. So ein Skelett haben wir eigentlich in der Fackel oder so. Ich glaube nicht, na, ne. Dennoch nach seiner Kopf tastet, schlagen wir ihm gleich die Gliedmaßen ab. Zumindest die Arme. Und kriegen die Protect-Drohne. Mit der wir die Isolierung entdecken. Sehr schön. Wird im späteren Kapitel sehr interessant, dass diese schwarzen Zorn ist. Aber in den Temperaturen sollte man viel trinken. Oft trinken. Daher immer was dabei stehen am Brett. Der stimmt. Der bei der Autopsie nicht automatisch steht. Die muss man auch nachholen. So. Autopsie wollte ich mir mal gucken. Das ist der Plantorock Zombie. Nein, Mantorock. Aha, nicht Plantorock. Ja, die Auflösung ist nicht sonderlich schön. Ein rastloser, toter Körper ohne besondere Kennzeichen. Diese Kreatur ist sehr schwach. Sie besteht nur aus trockenen Sehnen und Haut. Und, also die schwarzen Zombies sind in Wirklichkeit die von Mantorock. Was natürlich interessant ist, weil gefühlt sind die Zauber, die ich mit Mantorock spreche, die üblicherweise die nützlichsten eigentlich. Vielleicht nicht unbedingt die stärksten, aber eben vor allem, wir haben jetzt auch den Heilzauber. Dadurch, dass wir Chaturga haben, ich nutze ihn direkt auch mal, indem ich ihn hier zuweise. Und zwar möchte ich zuweisen, das war dann hier, Erholung zuordnen, 3-Punkt-Ausrichtung Rot auf nach oben und wenn ich jetzt nach oben rücke, spreche ich den Zauber, der unsere Lebensenergie heilt. Das ist ja viel interessanter als die grüne Energie, wie gesagt. Ich heile die trotzdem mal, indem ich jetzt hergehe und das nochmal zuordne auf nach unten in Grün. In Blau bringt es uns ja nichts. So, das ist schon so 50 Prozent, es klingt doch schon mal nach dem Plan. So, speichern, lieber einmal zu oft als einmal zu wenig, kennt man ja. So. Was haben wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall eine Bodenplatte, auf der das Symbol von Mantorock, wenn ich wenig irre, drauf ist. Sie ist schließlich lila und im Hintergrund der eigentlich interessanteste Teil, das sieht aus wie irgendeine Großstadt mit vielen Hochhäusern, ne? Die Aussicht versetzt Max in atemloses Staunen. Vor ihm liegen die Ruinen einer fantastischen Stadt, eingebettet in einer riesigen, natürlichen Höhle. Türme und bedrohliche Gebäude starren ihm aus dem Nebel entgegen. Licht durchflutet die Stadt und gibt ein energienisterndes Geleit, die sich hoch oben getragen von unsichtbaren Kräften aus einer Quelle ergießt. Ja, von dieser Stadt wurde uns in den Briefen schon berichtet. Wir erinnern uns. Und hier haben wir ein Kraftfeld, was sicherstellt, dass wir die Rune haben, bevor es weitergeht. Ich gehe davon aus, ich weiß ja schon was passiert, aber jetzt könnte man sich davon ausgehen, dass es jetzt hier weitergeht und man auf einmal so Open World mäßig durch die Stadt laufen kann. Das wäre eigentlich ziemlich cool gewesen für das Spiel. Aber nein, stattdessen kommt, äh ja, kein sonderlich schönes Spiel, und das nutzt auch noch einen Einzelnen. Gut, ein 7er Zirkel, wir haben nun einen schäbigen 3er Zirkel, das ist magisch sehr begabt und teleportiert sich durch die Gegend. Auch nicht tun. Das da hinten ist übrigens dieser Schutzzauber, den wir gerade gelernt haben. Was ist das denn? 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 Wisst ihr was, Leute? Wir haben die Knarren die ganze Zeit aufgehoben. Jetzt können wir sie mal nutzen. Jetzt will der jemanden... Oh, das war sehr unnützig. Jetzt will der... Er will nicht nur, er hat es gerade geschafft. Äh, ja. Wir haben einen Viech beschwören. Das war 5, das heißt ein Zombie. TR Attack ist nämlich beschwören eines zu müssen. Gleichzeitig geht er hin. Das System soll uns erstmal besiegen. Das ist natürlich ein allzu großes Problem. Aber er hat uns natürlich jetzt... Okay. Bankorock ist zumindest nicht TR Attack. Der macht seinen Angriff. Äh, ich bin tatsächlich... Ich bin gerade zu doof. Ich muss das hier machen, um nachzuladen. Dafür muss ich es auch erst nehmen. Ich will die Würfe nachladen, dass ich dann wieder... Ah, ich bin zu ungeduldig, weil wir in einem... Ja gut, an der Stelle ist das sowas wie ein Bosskampf. Das ist ein Schutzschild, das der sich zugelegt hat. Das werden wir nicht prüfen. Ich will nahe kämpfen. Dankeschön. Ich will nicht mit zwei Schüsse verschwinden. Also wir verbrauchen jetzt immer... Wie man sieht, fliegt jetzt jedes Mal, wenn ich ihn treffe, einer von diesen... Eines von diesen Dingern weg. Jetzt können wir eben schauen. So lange diese Dinger nicht um ihn rum fliegen, können wir den Lust drauf umbauen. Sobald der mal auf die Idee gekommen ist, hallo Kamera. Ich kann die Kamera nicht steuern. Das ist diese Ansicht, weil... Entweder wegen meiner Sanity... Wir müssen warten, bis er sich wieder manifestiert. Das hat er soeben getan. Da wir da hinten nicht hingucken können, machen wir einfach mal so. Fies ist, dass er... Laden ging auch so. Lauf. Egal. Solange er sich da so bewegt und so, ist das alles praktisches Problem. Festier dich irgendwo. So, dass ich dich nur sehen kann. Es ist besiegt. Off-camera natürlich. Leuer. Die Klochersprung von der Geist. Die Klochersprung war tot, aber nicht ohne Aus sola. Das war nur eine, und da eine ganze Stadt. Es war keine Häuser, um sie zu tun. Ich konnte nicht warten, um sie zu schützen. Ich wusste, dass ich klüfen hätte. Ich wusste, dass ich die Hilfe dafür haben muss. Ich wusste, dass ich so ökste was. Ich wusste, dass ich eine gute Hilfe habe. Ich wusste, dass es einige mögliche über die Welt aus possa sein. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht zu erzählen. Aber sie haben nicht gehört. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Die Welt in periode von Unsehen. Die Schmerz. Sie schreien mich an dieser Verluste. Eine Schmerzende Ereignisse. und fieber thoughts, riechend von Fetter und Decay, denkst mich verrückt mit Delirium. Die Füllen schreien ihre Hoffnungen von Salvation, aber mich in dieses verdammten Asylum. May die Rats achen die Augen! Ich bin jetzt verloren zu Ihrer Kauze! Die Schmerz kommt! Es wird uns alle! Ja, und das war das Kapitel. Vielleicht erinnert euch an die Tür. Kurz vor Ende haben wir die in einer Halluzination schon mal gesehen, in der wir per Halluzination quasi schon in diese Zelle teleportiert wurden. Ich dachte, das würde eine Zwischensequenz werden. Ja. Und noch eine zweite Sache, die ich eben eigentlich sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde. Und jetzt habe ich es schon wieder halb vergessen. Ach ja, genau. Es ist ziemlich logisch, was passiert ist. Ich meine, er geht raus aus dieser Stadt, will Hilfe holen. Und ich meine, wer glaubt ihm, dass da so eine Stadt ist? Und ich meine, es ist ganz logisch, dass er dann in die Irrenanstalt kommt. Und zu der Zeit war die Irrenanstalt halt primär eine Folter- und Verwahranstalt. Ja. Die dunkle Vergangenheit der Menschheit. Wird hier halt auch ein wenig gezeigt. Wir speichern noch einmal. Und zwar speichern wir direkt am Anfang. Wir sind nämlich wieder hier. So, da sieht man, wir haben gerade diesen Abschnitt fertig geschafft. So, was haben wir Neues? Wir haben Neues gelernt. Erkennen. Und Isolierung. Haben wir neue Items? Nein. Aber, wir können gucken, ob es irgendwo eine Stelle gibt, wo wir den Erkennen-Zauber verwenden. Das könnte uns ja schon mal helfen. Also, wieder einmal das Haus durchsuchen. Laufen ein bisschen schneller. So. Erkennen-Zauber heißt, wir haben gesehen in dem Kapitel, da war dieses Symbol an der Wand. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir, ich komme doch schon, den Erkennen-Zauber verwenden können. Richtung Keller. Die Tür ist verschlossen. Da geht es wieder in diese mysteriöse Stadt. Wir bleiben erst mal auf dem Untergeschoss. Aha. Das ist mir wirklich sehr ungeduldig. So. Hier sehen wir auch dieses Gemälde. Das ist das Gemälde, was wir auch gesehen haben im letzten Kapitel, was uns gesagt hat, dass wir die Magie von Chaturga gegen Xelotav verwenden sollen. Das ist eine Wand jetzt. So, dass sie lang sind, auch ein bisschen die komische Bebräische. Dann rüchten wir hier gleich mal ängstlich nach oben. Die Statue guckt uns weiter. Wie lang? Das ist der Kommonschüssel. Ja, das ist der Kommonschüssel. Dann ist das doch die Kommode dazu. Schau mal. Denn hier ist das. Hier haben wir letztens das Symbol gesehen. Es leuchtet nicht. Deswegen wäre es mir beinahe nicht aufgefallen. Aber ich habe mich tatsächlich daran erinnert. Das war hier. Das war die Kommode. Wir finden nur komische Symbole und kein Schlüsselloch. Das ist genau die Stelle, wo wir wieder sagen müssen. Einmal erkennen mit roter Ausrichtung. Und schon erscheint das Schlüsselloch. Der Spruch erkennen brachte das Schloss zum Vorschein. Trotzdem ist die Kommode nach wie vor abgeschlossen. Das ist kein Problem. Den Schlüssel haben wir jetzt schon. Deswegen habe ich eben geguckt, ob wir die Kommodenschlüssel noch haben oder ob wir die schon aufgemacht hatten. Jetzt kriegen wir sie auf. Und was finden wir darin? Na, wir kennen es doch schon. Bei Alex Rivas finden wir sehr, sehr schnell das nächste Kapitel. Und ein Revolver. Für den haben wir auch schon reichlich Munition gefunden, wenn ich nicht irre. Was ist das? und die Universität über seinen Todes. Es wird sicherlich sein, nach diesen sieben Jahrzehnten. Der Beste hat nicht gehandelt. Ich kann euch sagen, dass meine Bindung von Mantarok, geführt von deinem eigenen Macht, wird genug sein. Es ist nicht deine Sorgenheit, dass wir Angst haben, sondern die Macht des Todes. Wie kannst du, dass du, ein einziger Mord. Entschuldigung, was diese Entität bedeutet, oder was Macht es kann haben. Wir wissen nicht. Und wir wissen mehr als du. Deine Zukunft betrifft auf mich, Majestät. Without mich zu öffnen die Garten. Ja, ja. Geh schnell, damit unsere Macht und unsere Hoffnung in dir wachsen um dich. Es wird niemals passieren. Ich habe es anders gesehen. Ja, da sehen wir wieder eine Zwischensequenz mit einem Gespräch zwischen Pius Augustus und Xelotav, die ja scheinbar mehrere Persönlichkeiten hat, oder aus mehreren Personen, oder mehreren Charakteren gleichzeitig besteht. Die, zumindest diese leisere, flüsterndere Stimme, scheint der anderen immer zu widersprechen. Nun gut. Es ist halt auch der Gott, die Göttin des Wahnsinns, sozusagen. Nun ja. Dann würde ich sagen, wir begeben uns wieder in unseren sicheren Hafen, in unseren Raum. Indem wir dann das Kapitel lesen können. Auf in die Bibliothek. So. Und in den Geheimraum. Ich muss übrigens an der Stelle immer das Steuerkreuz, während er lädt von nach unten, was ja auf dem Bildschirm zu bedeutet, auf nach oben wechseln. Ansonsten wir sie gleich wieder zurückrennen. So. Dann setzen wir uns mal hin. So. Und ich würde sagen, auch wenn wir erst bei knapp 25 Minuten sind in der Aufnahme, sehen wir uns nächste Woche, wenn wir dann das Kapitel lesen. Einfach, weil es sehr super passt, die Folge dann mit dem Intro des Kapitels anzufangen. Also. Bis nächste Woche. Ciao Auf Wiedersehen.